Wir stellen an der ISM den Praxisbezug her, vor allem durch unsere Dozenten und Professoren, die alle schon einmal in der Praxis gearbeitet haben, zum Beispiel bei internationalen Konsumgüterherstellern, bei großen Modeunternehmen oder Unternehmensberatung und hier ihre Praxiserfahrung direkt mit in den Hörsaal mit einbringen können. Wir machen aber auch Projekte mit unseren Studenten, wo wir zum Beispiel mit externen Partnern arbeiten, wie Fashion-Startups, wie Modeunternehmen, wie Modehändlern oder auch Beautyhändlern und mit denen zum Beispiel eine Marketingkonzeption erarbeiten oder eine Kommunikationsstrategie. Und wir machen natürlich auch regelmäßig Exkursionen mit unseren Studierenden, zum Beispiel zur Fashion Week, zu Flagship-Stores von großen Marken oder aber auch zum Lager eines großen Online-Händlers, was ja auch sehr spannend ist, wenn man sich mit dem Thema Mode beschäftigt.